In ein paar Wochen wird in den USA ein neuer Präsident gewählt und die Frage hier lautet, kriegt Donald Trump seine zweite Amtszeit oder haben wir einen demokratischen Präsidenten dann wieder? Und vor allem die Auswirkungen, die sowohl die Wahl des einen als auch die anderen auf die Börse hätte, das versuchen wir in diesem Video mal zu klären. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren mit ETS verpassen möchtest, dann hau doch den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Und damit starten wir jetzt auch schon mit diesem Video hier. Die Politik von Donald Trump und von Joe Biden könnte eigentlich, so lässt es sich zumindest erwarten, nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der die Körperschaftssteuer in den vergangenen Jahren in den USA stark gesenkt hat. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der unter Obama als Vizepräsident agiert hat. Also zwei sehr krasse Gegensätze. Und auch wenn es eigentlich hier auf diesem Kanal um Finanzthemen geht und das Politikgerede lieber den Politikexperten vorbehalten ist, finde ich es doch wichtig, dass man, auch wenn man sich nur quasi mit der Börse beschäftigt, ein grobes Verständnis für die allgemeine Politik in der Welt hat, um vielleicht eben auch bestimmte Marktschwankungen besser nachvollziehen zu können. Und genau deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Vergangenheit. Das ist natürlich immer viel einfacher, als in die Zukunft vorauszuschauen. Und zwar, was hat sich denn so getan, beziehungsweise erst mal, wie sieht denn vielleicht so eine Politik von Donald Trump oder von Joe Biden aus? Ich habe es schon ganz kurz angesprochen und möchte jetzt hier auch gar nicht wahnsinnig tief reintauchen. Donald Trump, auf jeden Fall eher jemand, der Politik macht eben für die Unternehmen. Hier hat man ja eben auch spekuliert, dass durch die Senkung der Körperschaftssteuer mehr Investitionen getätigt werden von den Unternehmen, die dann im Endeffekt wieder auf die allgemeine Wirtschaft und die allgemeinen Menschen quasi dann einen positiven Effekt haben. Dieser Effekt ist leider so ausgeblieben. Es wurde nämlich das Ganze, was man an Geld nicht an Steuer zahlen musste, was man quasi gespart hat, wurde entweder als Dividende ausbezahlt, in Aktienrückkäufe gesteckt oder anderweitig investiert. Nur eben nicht so, wie es die Regierung vielleicht lieber gehabt hätte. Und das zeigt auf jeden Fall schon mal, die Unternehmen sind sehr stark daran interessiert, eben am Kapitalmarkt tätig zu werden. Und deshalb ist es ein sehr spannendes Thema, sich mal anzugucken, wie hier denn so die Entwicklung in den letzten Jahren ausgesehen hat. Auf der anderen Seite haben wir mit Joe Biden, wie gesagt, jemanden, der unter Obama als Vizepräsident in beiden Wahlperioden von Obama als Vizepräsident eben agiert hat. Und man kann sagen, auch wenn es natürlich hierfür noch kein konkretes Beweise gibt, im Prinzip keine nachvollziehbare Historie, dass wir, wenn wir ein Joe Biden als Präsident hätten, eine sehr Obama-ähnliche Politik hätten. Und natürlich auch der politischen Schwierigkeiten, die Obama ja während seiner Präsidentschaft hatte, jetzt mal außen vor gelassen, eine sehr andere Politik im Prinzip als Donald Trump. Und jetzt schauen wir mal, so, was heißt das denn vielleicht? Wie kann man denn sowas messen, wenn Donald Trump als Präsident seine Entscheidung getroffen hat und auch damals mit Obama? Werfen wir doch dafür einfach mal einen Blick auf den Dow Jones. Das ist ein US-Aktienindex, der im Prinzip die 30 größten US-Unternehmen abdeckt. Und hier schauen wir uns einfach mal die Entwicklung an, und zwar von Anfang 2017. Mir ist klar, am 1. Januar 2017 war Donald Trump noch gar nicht Präsident. Aber um die Vergleichbarkeit hier besser darzustellen, am 1. Januar 2017 bis zum 31. Januar 2020 schauen wir uns einfach mal die Entwicklung des Dow Jones an. Hier können wir sehen, dass wir, na klar, vor dem Corona-Crash den absoluten Höchststand hatten. Damals hatten wir dann eine Entwicklung gesehen von knapp 50% und sind dann runtergedroppt auf, wenn wir vom Ausgangswert ausgehen, auf 96%. Also eine sehr große Spannungsbreite, die halt vor allem vom Corona-Crash ausgelöst wurde. Also ein nicht wirtschaftlicher Effekt, der hier gegriffen hat. Mittlerweile sind wir ja auch fast wieder, zumindest Stichtag 31.8. eben sehr nah wieder an diesem All-Time-High in diesem Zeitraum dran. Und insofern lässt sich sehen, ja, die Politik von Trump hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir innerhalb von etwas mehr als drei Jahren eben 50% plus im Dow Jones gesehen haben. Im Vergleich dazu mal die Periode, in der Obama regiert hat. Hier fällt natürlich auch noch das letzte Ende der Finanzkrise rein. 1.1.2019 bis 31.8.2012. Aber was hier sofort auffällt, wir sind im Prinzip von der Entwicklung genau gleich. Auch hier ganz am Ende, na klar, wir hatten keinen Crash, der ganz am Ende war. Insofern, das versaut quasi Donald Trump so ein bisschen hier seinen Track-Record. Aber man muss natürlich auch beachten, wir hatten hier am Anfang eine Krise und ob jetzt am Anfang und am Ende eine Krise, das stelle ich jetzt mal so hin, das kann jeder für dich selbst interpretieren. Aber wir hatten in beiden Situationen eine Krise, also ist das sehr vergleichbar an der Stelle. Hier hatten wir also auch nach etwas mehr als dreieinhalb Jahren einen Plus von um die 50% zum Ausgangswert hin. Natürlich durch den vorherigen Absacker noch zum März 2009 hin eine deutlich höhere Schwankungsbreite. Aber sehr interessant zu sehen, dass das im Endeffekt eigentlich in dieser Zeitspanne überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, ob wir jetzt Donald Trump oder Barack Obama als Präsidenten hatten. Natürlich ist das jetzt hier keine Glaskugel, in die ich gucken kann. Aber man kann jetzt natürlich vermuten, ja, wenn auch unter Donald Trump im Prinzip eine ähnliche Entwicklung an der Börse stattgefunden hat wie unter Barack Obama, sieht das dann vielleicht unter Joe Biden ähnlich aus? Naja, man geht davon aus, dass wenn Joe Biden zum Präsident gewählt werden würde, dann würde es erstmal einen kleinen Knick nach unten geben. Meines Erachtens wäre das auf jeden Fall für die Börsen sehr gesund, sollten wir bis dahin nicht einen zweiten Crash erlebt haben. Derzeit laufen ja die Märkte wieder sehr heiß. Täte es auf jeden Fall der allgemeinen Wirtschaft, zumindest dem Kapitalmarkt, also der Börse sehr gut, wenn es mal einen Rücksetzer gäbe, von 5 oder von 10%, um einfach diese heiß gelaufenen Märkte vielleicht zum Jahresende etwas abzukühlen. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, jetzt diese Entwicklung, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, 1 zu 1 auf die Zukunft zu übertragen. Es kann immer zu unterschiedlichen Szenarien kommen. Wir haben gesehen, Corona hat einen enormen Drop in diesem wunderschönen Chart hier, der quasi perfekt, abgesehen von diesem kleinen Aussetzer Ende 2018, der wirklich von links unten nach rechts oben läuft, Genauso möchte man das ja als Anleger im Prinzip haben. Und da hat Corona jetzt einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. So ist es aber wie nun mal das Leben einfach da passiert zwischendurch etwas. Werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick noch vielleicht auf Deutschland. Was hat denn da so das Ganze für Auswirkungen die Politik in den USA von Donald Trump beziehungsweise von Barack Obama auf den deutschen Aktienindex gehabt? Werfen wir erstmal einen Blick auf die erste Präsidentschaftszeit von Barack Obama. Auch hier ein Drop nach unten, na klar, von der 100%-Linie am 01.01.2009 auch auf um die 73% gefallen, wie es der Dow Jones gemacht hat. Dann haben wir sogar einen höheren Anstieg gesehen tatsächlich. Und zwar sind wir auf über 50% im Plus gewandert. Das war im 2011, in der ersten Jahreshälfte, hier kann man das ganz grob sagen. Und danach haben wir diesen Höchststand dann nicht nochmal erreicht. Sehr interessant auf jeden Fall, dass wir hier einen schnelleren Anstieg hatten und dann aber den Gesetzen der Börse nach eben auch einen stärkeren Abfall gesehen haben. Während der Zeit von Donald Trump eigentlich genau das gleiche Spiel. Hier auch einen sehr starken Drop nach unten. Einen sehr, sehr starken Drop. Schauen wir uns den US-Aktienmarkt an, haben wir eben so einen krassen Fall nicht gesehen. Interessant noch zu bemerken ist, dass wir auf keinen Fall hier eine schöne Performance hatten. Wir sind eher mit ungefähr 18% in drei Jahren im Prinzip auf der Stelle getreten. Im Vergleich natürlich zum Dow Jones. Was glaubt ihr denn, wird passieren, wenn Joe Biden Präsident wird? Oder glaubt ihr, Donald Trump schafft es wieder und macht eine zweite Runde? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Auswirkungen an der Börse seht. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Freue mich auf eure Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Wenn es euch ein Video gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben da lassen. Und damit bis zum nächsten Mal.